Ich lerne Deutsch. Nummer 4533 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Töpfer sind im Allgemeinen sehr kreative Menschen. Sie haben ein Auge für Form, Farbe und Design. Töpfer sind im Allgemeinen sehr kreative Menschen. Sie haben ein Auge für Form, Farbe und Design. Töpfer sind im Allgemeinen sehr kreative Menschen. Sie haben ein Auge für Form, Farbe und Design. Die Architekten sind bei der Arbeit und besprechen die neuen Pläne. Die Architekten sind bei der Arbeit und besprechen die neuen Pläne. Die Architekten sind bei der Arbeit und besprechen die neuen Pläne. Wir führen eine Fernbeziehung, aber jeden Abend unterhalten wir uns lange über das Internet. Wohin wollen wir heute fahren? Hast du einen Vorschlag? Wohin wollen wir heute fahren? Hast du einen Vorschlag? Wohin wollen wir heute fahren? Hast du einen Vorschlag? Während meiner Mittagspause habe ich schnell einige Einkäufe erledigt. Während meiner Mittagspause habe ich schnell einige Einkäufe erledigt. Im Glas ist hausgemachtes Sauerkraut von meiner Mutter. Die Probleme am Arbeitsplatz nehmen zu. Ich habe Angst vor einer Kündigung. Wir wohnen zusammen in einer kleinen Wohnung in München. Wir wohnen zusammen in einer kleinen Wohnung in München. Ich denke, das sollten wir nicht tun. Ich denke, das sollten wir nicht tun. Wir fahren mit einer Reisegruppe in den Urlaub nach Österreich. Wir fahren mit einer Reisegruppe in den Urlaub nach Österreich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir fahren mit einer Reisegruppe in München. Wir fahren mit einer Reisegruppe in München. Wir fahren mit einer Reisegruppe in München. Wir fahren mit einer Reisegruppe in München.